Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge Little Nightmares 2 So, wollen wir mal die ganzen Medien-Süchtigen uns mal angucken, was haben wir hier? Oh, da ist eine Lampe, warte mal. Kann ich mit der Lampe was machen? Nein, nein. Und schon. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Du kommst doch gleich mit Sicherheit. Und dann, komm. Okay. Nichts für ungut, Digga. Das sieht nicht gut aus. Okay, 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 okay. Was haben wir denn hier? Der He- Was ist denn da drin? Erstmal gucken. Ich hätte ja den Fernseher anmachen müssen, oder? Hätte ich den Fernseher anmachen müssen? Was ist das für ein Püppchen? Das ist das Schwede, ey. Hier ist also die Müllablagerung. Ich habe das für ein Püppchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, unten war nämlich, glaube ich, der, die tödige, genau, die meine ich. Kann ich vielleicht... Das ist ja jetzt schon Geschichte hier. Kann ich den jetzt vielleicht so... Komme ich da vielleicht oben an den Knauf ran? Geht das vielleicht? So, schauen wir mal. Warte mal, warte mal. Anscheinend nicht, oder? Ne. Geht nicht. Okay, warte mal. Wenn ich da wieder rein... Überraschreise. Achso, doch nicht. Sehr gut. Dann komme ich wieder hier. Das war eigentlich total dämlich. Aber irgendwie muss ich die doch aufkriegen. Ja. Okay. Hier ist doch auch gar nichts, oder? Ah, guck mal. Gut gemacht. Sag mal, das war. Das sieht aus wie so ein Reparatur-Kit oder sowas. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, Mann. Da ist auch dieses Zeichen drauf. Was ist das? Wozu brauche ich das? Wozu brauche ich das? Ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht brauchen wir es oben irgendwo. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann da nicht nachvollziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann ich den durch den Fernseher werfen? Das geht auch nicht Das geht auch nicht Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer Was ich damit machen muss Das hört sich so Metallisch an wie so ein paar Bauteile oder sowas Aber ich habe echt keine Ahnung Vielleicht Das Ding nochmal rüberschieben Und dann das Ding einfach von außen fahren lassen Keine Ahnung Das macht wahrscheinlich wenig Sinn Das Ding einfach mal so ein bisschen Hier noch was übersehen, vielleicht? Schuhe. Mehr war da nicht drin. Vielleicht hat das auch überhaupt nichts zu bedeuten, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich komme jetzt hier gerade so nicht weiter. Vielleicht muss ich nochmal nach oben. Ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie ist es denn? Kann ich das Ding vielleicht... Ich muss ja nochmal hoch. Kann ich das Teil vielleicht zwischen die Tür machen? Warte. Weil hier ist nur eine Zwischenetage. Die hier. Da passt das Ding. Da? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Oder auch nicht. Oh Leute, keine Ahnung. Ich stehe hier gerade echt auf dem Schlauch. Ich komme da wieder hoch noch runter noch... Keine Ahnung. Da wollte ich eigentlich raus. Da wollte ich eigentlich raus. Aber vielleicht komme ich ja hier. Vielleicht ist das ja jetzt offen. Okay, das war es nicht. Das hätte sein können. Okay, ist das ja Faschel wieder da? Tja, aber was kann ich denn da jetzt machen? Nee. Hm. So. Muss wahrscheinlich oben den Panzer wieder anmachen. So. 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 ich habe hier vielleicht irgendwas vergessen ja komme ich gar nicht zurück also noch mal ich muss da rein wir gucken jetzt mal dann komme ich wahrscheinlich aber nicht mehr runter oder ich komme nicht mehr weg jetzt haben wir das ding ja wieder was auch immer das ist das hier was auch immer das ist was auch immer das ist Also man kann es da auf jeden Fall reinwerfen Zack So Aber warte mal, wenn das jetzt da ist Dann ist doch oben Dann ist doch oben Kann ich da jetzt runter? Du sagst mir Okay, da bin ich tot Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Okay, warte, 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 warte Ich glaube ich Ich glaube so langsam komme ich dahinter Ich muss ja laut Adam Riesel in die Zwischenetage Das ist glaube ich das Ziel Von diesem Rätsel So Okay Dann machen wir hier schon mal Die Schotten auf So Dann holen wir uns nochmal kurz Machen wir schon mal die Glotze an Dann haben wir hier noch den Koffer Was das auch immer sein soll Da müssen wir einmal kurz hochfahren Damit wir den anderen Fernseher anmachen können Dann können wir den anderen Fernseher anmachen Und dann glaube ich Müssen wir nach unten Müssen wir nach unten So Zack Jetzt müssen wir den hier rufen Warte mal Der kommt jetzt So Nein Passt Okay Aber ihr wisst was ich meine So Okay Okay Nochmal Genau so meine ich das Genau so meine ich das So Da wird ein Schuh draus Hallo Okay Ich habe nur keine Ahnung Was ist das Vielleicht war das Ah guck mal dahinter Hoffentlich war das Hoffentlich war das jetzt nicht einfach nur so ein Secret Oder sowas Dann wäre auch schön Oh Ja klasse lasse Ich wollte eigentlich an die Badewanne springen Okay Okay Na gut Wir machen das in der nächsten Folge Ich danke für's dabei sein Also bis dann Ciao Wir machen das Das ist immer so Bis dann Was ist da